Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist der große Tag. Heute ist endlich die Hochzeit von meiner Freundin. Ich habe ja auch schon in den letzten Videos davon erzählt. Hakan und ich sind Trauzeugen. Es ging schon sehr früh los. Um 35 waren wir schon beim Friseur. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, meine Haare wurden gemacht. Ich wurde geschminkt. Das ist mein Kleid. Das zeige ich euch bei Gelegenheit noch etwas genauer. Wir sind jetzt auch schon wieder zurück. Und zwar bin ich gerade vorm Haus der Braut. Und ich habe jetzt meine Freundin in ihr Zimmer hochgebracht. Sie wartet jetzt dort und wird jetzt dann gleich von der Familie von Bräutigam abgeholt. Ich gehe jetzt auch gleich noch zu ihr hoch. Und ja, ich wollte euch nur unten mal so ein bisschen die Deko und alles zeigen. Und habe ein ruhiges Plätzchen gesucht, um das Video anzufangen. So, die Braut ist jetzt ready. Schaut mal, wie wunderschön sie geworden ist. Schaut mal, wie wunderschön sie geworden ist. Schaut mal, wie wunderschön sie geworden ist. Das Haus wurde vom Haus der Braut auch so ein Buffet für die Gäste aufgestellt. So, wie wunderschön sie geworden ist. So, wie wunderschön sie geworden sind. Musik 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 음악 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist der Mann? Aaaa! Für euch ein Abinett, was soll ich ein Abionett? Achtung mal, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 Leute sind. Wie viele? Oha, lerde auch. 4, 6 sind. Gibt es, he? Was gibt es, was gibt es schon wieder? Sarpu, Koshu? Sarpu, okay. Für viele Leute. Für viele Leute. Für viele Leute. Schau mal, wenn du. Schau mal, wenn du. Schau mal, wenn du. Schau mal, wenn du. Schau mal. Al, bu ist es. Al bakalım. Wow! Fetisch! Ich bin so schnell! Ein Damat! Ich war so lange, ich habe 5 Euro gekauft. Ich bin dabei! Der Fall! Ich bin da 10 Euro gekauft, habe ich! Erkaße! Ich bin! Ich bin das an, ich bin das hier! Ich bin das hier schon! Okay, du hast du auch nicht damit? Du bist da damat oder? Valla damat, weißt du, damat bein. Damat bein. Damat bein. Du haste ne tanem? Du haste ihn kurtarır, sagte. Dehme? Eheh. Eheh. Eher ist es, wie du ne? Dammat bein der, verdin. Danni. Danni, danni. 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 Danni, dann. Danni. So, wir sind jetzt vor dem Saal angekommen. Gleich gehen wir alle gemeinsam rein. Das ist ein schönes Wolle. Romantik damatımızın güzel bir hebe�i varmış. Sıra damat beyle. Hayırlı uğraşsun diyoruz. Ve ilk sınav parçamız sadece gelin ve damlada geliyor. İkincisi sınav parçamızla bütün müsaadeleri rüya alacağız. DJ Bildikten. Videohική cı Musik Oğlan Damat buraya, gel buraya Buradan çok iyi oynuyor, alkış itliyorum Ben sana destek çıkacağım Ben de yapacağım, aynısını yapacağım Çekilip de hele Çekilip de hele, oh good Olmuşlar, go 1, go 1 Müzik 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 Das war's für heute. 2, 3, 2 und 3 Fuck Aiee Fuck 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 Aiee Ich bin, ich bin ich... Ich bin, ich bin... Wir sind in der nächsten Sektion, in der nächsten Sektion, in der nächsten Sektion! Oh, nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020